Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 4. Wir gucken jetzt mal, was für Aufgaben wir hier machen können, machen werden jetzt. Ähm, Kampf. Wir gucken mal bei Kampf. Ähm, elektrisieren. Töte 200 Zombies mit dem Kilowatt. Okay, das ist machbar. Wir fahren einfach kurz mal zu dem nächsten Schutzbunker. Ich weiß, der nächste ist das hier. Aber, ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass hier, ähm, noch mal, noch irgendwie ein Überlebender auftaucht. Äh, dann muss ich, äh, muss die Karte. Dauerlang, okay. Ja. Nebenbei können wir auch noch ein paar Autos zerstören. Oh, toll. Ich bin, ja, ein sehr guter Fahrer heute. Ein paar Autos zerstören und, ähm, Zombies töten. Aber, falsche Taste. Wir können ja mal hier die Punkte ausgeben. Mh, schießen. Und das hier einmal. Wie viel muss ich Level 80 sein? Das sind wir fast. Gut, dann überleben. Das hier erhöht die Fernwaffen. Okay, ja, das nehmen wir einmal. Das hier erkennt Spezialgegner aus größerer Entfernung. Verbessert die Effektivität, schleichend, ne, ja, das hier dann. Ich habe keinen Punkt mehr. Überlebender wird angegriffen, wo? Hier ist keiner. Jetzt flügt mich das Spiel auch noch an. Event in der Nähe. Hier ist kein Event in der Nähe. Zumindest wird mir hier nichts angezeigt. Ganz schön heiß heute. Sorry, ich dachte, du seist böse. Okay, ich bin dann da mal weg. Ich hoffe mal, das Auto zählt auch noch dazu. Geld. Okay, nehmen wir uns mal das Fahrzeug hier vorne. Oh, ups, ich wollte ihn eigentlich umbringen und nicht nur den Arm abschießen. Hätte ich nur meine Zombie-Kill-Playlist parat. Muss ich hier links? Ja, aber ich kann auch hier auf den nächsten links. Ich denke mal, in diesem Part werden wir jetzt nicht so viel machen können. Wir müssen ja auch noch einige Waffen bauen. Fahrerflucht! Ja, Fahrerflucht. Ja, Fahrerflucht. Ähm. Aber ich denke mal, ich werde mal gucken, dass ich das außerhalb des Parts mache. Weil ich glaube, das dauert dann doch schon ein bisschen zu lange für den Part. Da können wir die Parts auch ein bisschen besser benutzen. Aber ihr werdet natürlich sehen, wenn... Immer die letzte Waffe, die werde ich mit... Äh, werde ich hier im Part abschließen. Äh, und zusammenbauen. Ich möchte hier einmal kurz die 24.000 Zombie-Kills machen. Oh, hier ist es heiß. Au. Ich muss hier weg. Okay, geschafft. Geschafft, geschafft. Einfach schnell in den Schutzbocker. Schnell, 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 schnell. Gehen wir aus dem Weg. Okay, wir sind drin. Dann einmal die Markierung wegmachen. Das war mein Fahrzeug. Ach, Markierung weg. Weg. So. Dann kaufen wir uns einmal kurz hier den Kilowatt. So, Kilowatt. Dann fahren wir da mit raus. Töten kurz ein paar Zombies. Ich glaube 16 waren es, die noch fehlen. Und dann fahren wir wieder... Ja, dann gehen wir wieder rein und kaufen das nächste Fahrzeug. Dann können wir das hier auch nochmal töten. Oh, das war es schon. Okay, da unten ist so ein Zombie-Din. Ah, 100 Ewa-Zoom ist. Haben wir dann auch. Oh, gute Bodenhaftung. Oder kann ich hier nochmal reinfahren? Äh, anscheinend nicht. Gut, das nächste Fahrzeug ist, ähm... Was für krasse Beats. Tötet man Zombies mit dem Pümpelköder? Habe ich den dabei? Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, haben wir nicht. Dann kaufen wir den auch mal kurz. Das ist ja, glaube ich, eine Wurfwaffe. Die hier sind beliebt. Kauf was, bevor es zu spät ist. Ähm, Wurfwaffen. Hm, hm. Pümpelköder. Gute Wahl. Man kann bis bald. Ich hoffe halt, das bleibt da liegen. So. Hier sind ein paar Zombies. Hups. Ups. Nichts mehr mit lieber Hunkel Frank. Ist ein Überlebender. Riecht mir alle aus dem Weg. Hau ab. Oh, ups. Ich hab's auch den Überlebenden noch angeschossen. Hey, schau ab! Ah, Levelaufstieg. Aber keine neue Karte. Dafür brauchen wir Level 5 und dafür fehlen uns noch 3. 3? 4. Ich glaub, davon haben wir immer noch nicht genug. Oder? Ach, falsche Taste hier. Äh, nö. 2 noch. Gut, dann haben wir's doch. Ja. Gibt's hier noch irgendwie Geld, was man einsammeln kann? Ja, einiges. Oh, aua. Hau du ab. Ich will dich hier nicht haben. Okay, schnell rein. Neue, äh, neue Waffe kaufen. Natürlich kommt das da nicht ganz hin. Denn damit. Es trifft auch nicht. Ach, der trifft aber. Gut. Na, zum Part-Termisch würde ich hier vorne gerne noch stehen lassen. Äh, ich sollte mal nachgucken, was das nächste ist. Das nächste wäre... Nicht ohne meine Axt. Töte 200 Zombies mit der Elektro-Axt. Hä, die hier sind sehr beliebt. Ja, gib mir die Elektro-Axt. Die Elektro-Axt 6000. Der macht mich arm. Komm, lebendig zurück. Ich versuch's. So, wie viele Kills? Äh, okay. 200 insgesamt. 100 fährt. Dann haben wir mit der Bazooka-Kanone. Ex-Soldaten. Und links ist ja noch einer. Und ein Flammenwerfer-Soldat ist dort auch. Okay. Bevor wir das machen, kann ich irgendwas hier wegpacken. Oh, wir können hiermit sogar noch eine Mission machen. Okay, ich wollte mir da noch kurz eine Tastatur holen. Okay, dann gucken wir mal, ob der Ex-Soldat davor noch da ist oder überhaupt noch lebt. Ich hab den... Ja, der lebt noch. Gut. Wir müssen noch sehr, sehr viele Freshies töten. Ach, da lebt noch einer von. Und Tschüss! Aua, Aua! Stürzt alle! Fans sind ja ganz schnell da war! Hm. Nicht übel. Stop! Ja, okay, hör auf. Ich will ein Selfie mit dem machen. Ja! Ja! Eben ging das. Aua! So, das war's mit dem. Ich möchte ein Foto davon machen. So. Warum kommen da nur Schlitze raus? Hm. Könnte schlimmer sein. Okay, dann machen wir uns damit noch ein paar Kills. Immerhin ist jeder da mit Hornhit, wenn man ihn direkt trifft. Ich hoffe mal, das zählt auch dazu. So sieht's aus! Okay, das hätten wir. Ich mach mir jetzt nochmal hier ein bisschen Platz. Und dann nehmen wir mal den Dinosaurierhelm hier. Oh nein, das wollte ich nicht. Ups, falsche Taste. Wieviel muss ich denn damit killen? Und dann, okay, das sollte ich hinkriegen. Hm. Mit dem Eiswockelschläger. Mit dem Eisschwert. Okay. Okay. Wir werden gleich ein paar Sachen mitnehmen. 50 haben wir damit schon mal. Der Suckmeister bei 1000, den setzen wir auch gleich mal ein. Und damit müssen wir auch noch Leute killen. Oh, da war das nur auf menschliche Feinde bezogen. Und jetzt frage ich mich gerade, haben wir saurer Regen? Ja, das ja... Okay, haben wir nicht. Hau ab! Ja, natürlich kriegt ihr mich. Sterb doch endlich! Oh, das... Der Helm ist aber ziemlich stark. Nein, der ist kaputt. Okay, okay, dann gehen wir jetzt mal kurz in der... Große Zombie-Masse. Ja, hier vorne sieht's gut aus. Und dann setzen wir den da mal hin. Okay. Dieser Hammer war ja nicht... Nein, das war nicht saurer Regen. Ach, das kann ich... ...wieder mitnehmen und öfters benutzen anscheinend. Ja, das geht. Okay. Da wollte ich nicht drauf. Das ist nochmal so ein Exzessier-Typ. Nein, du sollst das werfen? So. Ja, nimm das. Ich werde hier nicht lauschen. Ach, da kommt ja auch nur Schlitzer raus. Ah, Sabotage B. Sabotage Rang A. Kriege ich Sabotage S vielleicht hin? Ja, kann, da... Kann. Nee, das ist Blutbad B. Wird ja immer weniger. Keine Verständnis. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wird nichts. Ah, nee, sieht nicht danach aus. Ja, doch, Rang S. Gut. Ach, zwei Missionen haben wir damit sogar gerade geschafft. Okay, und dann brauchen wir das noch einmal. 300 Gegner muss ich damit töten. Und wie oft kann ich den noch benutzen? Und wie oft kann ich den noch benutzen? Oh, noch sehr oft anscheinend. Nein, du stirbst. Das ist ein Problem. Ich bin, ich bin, ich bin jetzt. Geht mir aus dem Weg. Ich brauche das Teil wieder. Oh, ich hab's fast Irgendwo brauch ich nochmal viele Zombies Das könnten zu wenig sein, aber ich versuch's mal Ich hab ja noch mindestens drei Versuche Ich wollte nicht so nah ran Wie viele fehlen mir denn damit bitte noch? Äh, wo war'n das jetzt? Ah, hier Okay, gut, das hätten wir gleich Mit der Ionenkanone, die haben wir ja dabei Okay, und werden wir damit auch gleich noch ein bisschen Was machen? Okay, da vorne sind viele Zombies Da gehen wir jetzt kurz hin Sind ja glaub ich nur noch zehn gewesen, die mir fehlen Jetzt muss ich wieder schnell wegkommen Gut, das hätten wir Oh, die Ionenkanone Die verfetzt halt ja alles, was ihr in den Weg kommt Überlegen, da Ich bin fast tot Das sind zu viele Kann mich jemand Ich werde dir nicht los Du kannst mich Ich bin bestimmt übertrieben für diesen einen kleinen Zombie Okay, das ist doch glaub ich gut Anarchie, Rang S Ja, Anna, Anna, okay Anarchie, Rang S haben wir Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt Oh, ich geh da mal weg Man muss ja auch alle besonderen Personen hier fotografieren Man muss sich dann glaub ich erstmal wieder suchen Na gut, dann gehen wir jetzt mal wieder kurz zum Notfallbunker Oh ne, ich muss ja noch leuchten Ich muss mich mit der Ionenkanone töten Habe ich schon wieder fast vergessen Aber trotzdem gehen wir in Richtung Notfallbunker Okay, das waren viele Kann man sich bei einem Notfallbunker auch einzelne Sachen kaufen eigentlich Eigentlich ja, oder? Okay, 200 haben wir Geht weg Ein Schuss noch Und wir haben nicht genug Okay, dann gehen wir jetzt einfach kurz Ich hab nichts mehr zum Heilen Geht mir alle aus dem Weg Musst du erstmal den Weg frei bomben Okay, dann gehen wir schnell in den Notfallbunker einfach So, das war die letzte Oh Mann, ich wollte die weiterwerfen Was war das nochmal? Oh die Ja, die Eiskarnate Okay Okay, wir gehen hier wieder rein Wir haben jetzt auch wieder genug Geld Dann hole ich erst mal was zum Heilen Gut, sehr gut Okay, einmal So Das ist so mittel Warum kriege ich nur so wenig davon drauf? Mein Anfang Und war die hier Die hier war doch eben spezial Ja, die ist spezial aus irgendeinem Grund Gut, egal Ja, überaus interessant Fotografie Einmal kurz nachgucken Outtake Die alberne Tod Mach ein Horror und Outtake Ressensfall Keine Hoffnung mehr Mach ein Foto mit den Menschen Wenn von der Wenn Mach ein von der Achso, okay Insfallen Angef- Ja Trashy Horde Fotografiere alle Personen Von besonderem Interesse Neun Stück haben wir 16 brauchen wir Okay Wir kaufen jetzt kurz mal ein Ich brauche neue Keine Ahnung Ich kaufe einfach irgendwas So Bis ich voll bin Und das sollte jetzt der Fall sein Ne, doch nicht Wie viel kann ich denn kaufen Ich helfe gern Mach die Zombies fertig Oh Jetzt verstehe ich's Jetzt verstehe ich, warum ich unendlich einkaufen konnte Oh, der Händler Du hast ja nichts Neues für mich Noch nicht Leider Bis bald Hoffe ich Ja, tschüss Hey, was geht Der eine ist ja glaube ich gerade hochgelaufen Waffenhändler Aber die gibt es Oh, okay Das kaufen wir kurz mal Okay, einzelne Sachen kann man hier kaufen Wer hat dich aufgefressen Gehen noch einmal ganz kurz da unten Und holen uns eine Und holen uns eine Tastatur Für den nächsten Part Sollte noch eine sein, oder? Nein? Verdammt Okay, ähm Hi Ja, hi Gut, wir machen dann hier Aber im nächsten Part weiter Dann würde ich jetzt erstmal sagen Das war's mit dem Video Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.